Ich konnte drei Sprachen sprechen. Mit sechs Jahren? Wer hat denn die beigebracht? Ich habe danach gefragt, Hauslehrer zu haben, bevor ich zur Schule ging. Wie finden Sie das, wenn Eltern heute ihren Kindern schon mit sechs Jahren Mandarinen, Cello und Klavier beibringen? Das war früher auch so. Das finde ich sehr richtig. Was ich nicht richtig finde, ist, wenn die Eltern meinen, sie werden so wie ihre Kinder und immer so beinahe mit denen spielen, wie wenn sie selber noch spielen. Und du, 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 du. So ist jetzt furchtbar. Mir wurde als Kind gesagt, wenn du dich mit mir unterhalten hast, sage ich meiner Mutter, gib dir Mühe. Du bist sechs, ich nicht. Also, gib dir Mühe oder halt nur.